Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Oh, was sagt du im World? So, wir bauen jetzt hier vorne Abbrechen Hier vorne unser Notfallgeneratorenraum So, und der bekommt So ein Stromkabel Und dort ein Schalter So, wir wollen mal gucken Oh Da haben sie schön aufgehauen Und hier überall anders auch Haben sie schön gemacht Jetzt haben wir nur keinen Lagerplatz mehr Äh, Moment, Moment, Moment So, Schwarz ist dabei Äh, ja, warte, 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 warte Langsam, 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 langsam Äh Besitzer Schwarz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Passt Vorratskapsel Das So, Schwarz So, Schwarz Alles auf 1 Du kannst Du kannst Du bist ein Landwirt Du bist ein Tierpfleger Du bist aber auch ein Jäger Nein, auf 3 So Red hat nichts zu tun Da machen wir die Tour Jetzt gar nicht So So Ihr seid Fleisch am kochen Das Ding muss da definitiv raus Achso Warte, 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 warte Was haben wir denn schönes Will er nicht, will er nicht, will er nicht Ja, die Bohrspiele kannst du haben Das Ding ist Oh, dasinet CAT Danke So erforscht und einfache Mahlzeit entfernt Geröll. So jetzt wird hier sauber gemacht. Sehr schön. So wie gesagt, wenn erstmal sauber ist. Dann können sie ja sämtlich anderen Aufgaben wieder wahrnehmen. Zum Beispiel Strukturen und Wände bauen. Das war's. 11x11 11x11 13x11 14x11 15x13 15x13 16x13 16x13 ich glaube die werden sich wahrscheinlich damit verbinden ich glaube dass man mit abbrechen jetzt kriegen wir das stromkabel wieder raus muss ich vermutlich schon so abreißen wird schon wird schon auch ein waffenhändler jetzt sehen sie das hand an Meine Hände sind doch nicht sauber. Sonst ist alles geputzt. Ne, hier drin ist noch nicht geputzt. Aber das, ich wollte gerade sagen, das hier zählt doch mittlerweile auch als Inde. So, die Kabel müssen da weg. Uhhhhhh. Das war's immer. Das muss man weg. Das war's immer wieder. 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 Was macht denn jetzt hier? Haben wir mit euch schon gehandelt? Anscheinend nicht. Beurteile kriegt er nicht. Medizin wollen wir nicht. Glücklich mache. Was ist denn das? Okay. Holzknöpfe brauchen wir nicht. Steilknöpfe brauchen wir nicht. Brauche nicht, brauche nicht, brauche nicht, brauch, nicht, brauche nicht, brauche nicht. Ja, den Messer kannst du auch behalten, nimm das auch mal mit und dann reiß wir jetzt nicht, okay, zack. So bekommen wir wenigstens hier mal ein bisschen Lagerplatz wieder rein. Äh, ja, okay. Ach. Batterien haben wir ja noch gar nicht. Die muss man ja jetzt hier extra erforschen. Ich hasse Updates. Mal schon erwähnt. Mist. T-Shirt. T-Shirt. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Okay. Okay, du bist hier Schirm sauber machen. Trank haben wir jetzt hier. Brio entfernt. Direkt blau. Drückt sich aus. Haaaaab. Trägt rum. Trägt rum. Du erntest, du forschst, du schläfst. Keiner da, der mal kurz Zeit hat. Würdest du mir die Hölztür dort bitte mal fertig machen? Was? Was, was, was? Untertitelung im Auftrag des ZDF Mann, macht mal ein bisschen schneller, wir müssen arbeiten wieder. Was? 50 und Flitterwochen nochmal 20 für eine Saison. Oh, geil! Oh, ho, 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 okay. Das ist nicht schlecht, aber jetzt könnt ihr auch wieder arbeiten, oder? Hallo? Danke. So, Neil fährt. Das ist ja. Oh Hier bleibt schön Was ist denn hier? 75, ich suche nochmal 7 zusammen da. Steine Lücke herstellen, produziere für Mann. Oh, ich glaube ich merke, er hat meinen eigenen Fehler. Oh ja. Also jetzt nur mal so zur Verständnis. Wir haben hier Löcke drin. Also hier möchte ich die Sachen zum Handeln drin haben. Definitiv hier sowas wie Skulpturen und sowas. Das heißt, dass hier oben ist das Blöckelager. Das heißt, das ist nicht Lagerbrocken, sondern Lager... Nicht Borken, 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 Borken. Oh nein... Nicht Lagerbrocken, sondern Lager... Lagerbrocken, Borken, 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 Borken... Lagerbrocken, Borken, 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 Borken... Lagerbrocken, Borken, 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 Borken... Lagerbrocken, Borken, 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 Borken... Was heißt, der ganze Mist muss da raus? Arbeit... Handwerk heißt das, ne? Das wäre dann... Nielpferd... Gibt's falsch rum... So... Hier warten wir das an... Red... Mal... Stopp... ... Schuhe... so blau ist am pennen ok machen wir das hat wieder was zu tun der Goudal Red aber damit will ich mich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ich das nächste Mal wieder beleite ich will auch mal sagen tschüss bis zum nächsten Mal